9-tägige Andacht zu Ehren des heiligen Judas Thaddeus, zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des linken Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine Sohnes ergeriebt am Brot. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine Sohnes ergeriebt am Brot. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine Sohnes ergeriebt am Brot. O Heiliger Judas Thaddeus, du Apostel und Blutsverwandter Jesu, Marie und Josefs, ich grüße dich durch das heiligste Herz Jesu. Durch dieses Herz lobe und danke ich Gott für alle Gnaden, so er dir erteilt hat. Durch dieses Herz bitte ich dich demütig und fußfällig, blicke mitleidsvoll auf mich herab, verschmähe mein armes. Gebet nicht und lass mein Vertrauen nicht zu Schanden werden. Dir hat Gott die Gnade verliehen, den Notleidenden in den hoffnungslosesten Anliegen, durch deine mächtige Fürbitte zur Hilfe zu kommen. Bekomme mir zu Hilfe, damit ich die Erbarmung in Gottes preisen kann. Mein Leben lang will ich dir dankbar sein und dein eifriger Verehrer bleiben, bis ich dir im Himmel danken kann. Litanei zum heiligen Judas Thaddeus, Herr erbarme dich unser. Er erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr erbarme dich unser. Er erbarme dich unser. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Christus, erhöre uns. Gott, Vater vom Himmel Erbarme dich, unser Gott, Sohn, Erlöser der Welt Erbarme dich, unser Gott, Heiliger Geist Erbarme dich, unser Heiligste Dreifaltigkeit, ein einiger Gott Erbarme dich, unser Heilige Maria Bitte für uns Heilige Gottesgebärerin Bitte für uns Heilige Jungfrau aller Jungfrauen Bitte für uns Du Königin aller Heiligen Bitte für uns Heiliger Judas Thaddeus Bitte für uns Du wahrer Blutschauernder Jesu, Marie und Josefs Bitte für uns Du glorwürdiger Apostel Bitte für uns Du standhafter Apostel Bitte für uns Du glorreicher Apostel Bitte für uns Du wahrer Nachfolger Jesu Bitte für uns Du Liebhaber der heiligen Armut Bitte für uns Du Muster der Demut Bitte für uns Bitte für uns Du Vorbild der Geduld Bitte für uns Du Lilie der Keuschheit Bitte für uns Du Flamme der göttlichen Liebe Du Flamme der göttlichen Liebe Bitte für uns Du Stamm der Heiligkeit Bitte für uns Du Gefäß der göttlichen Gnade Bitte für uns Bitte für uns Du Zeuge des Glaubens Bitte für uns Du großer Wundertäter Bitte für uns Bitte für uns Du Schrecken der Hölle Bitte für uns Du Säule der Kirche Bitte für uns Du Tröster der Betrübten Bitte für uns Du Zuflucht der Sünder Bitte für uns Du Helfer der Notleidenden Bitte für uns Du Mächtiger Fürbitter Bitte für uns Du Besonderer Patron in hoffnungslosen Anliegen Bitte für uns Du Liebreicher Helfer und Beschützer aller Deiner Verehrer Bitte für uns Jesus Christus Erbarme Dich uns Durch die Verdienste des heiligen Judas Thaddeus Wir bitten Dich Erhöre uns Durch seine Demut und Geduld Wir bitten Dich Erhöre uns Durch seine Predigten und Lehren Wir bitten Dich Erhöre uns Durch seine Wunderwerke Wir bitten Dich Erhöre uns Durch seine glorischen Märtyrer Tod Wir bitten Dich Erhöre uns O Du Lamm Gottes Hundert uns beten Deine Majestät O Allmächtiger Barmherziger Gott und Heiland Flehen wir demütig an Die wir den heiligen Judas Thaddeus Deinen auserwählten Apostel und Blutsverwandten Mit inniger Andacht Verehren Dass wir durch seine herrlichen Verdienste und hilfreiche Fürbitte die Gnade Deines göttlichen Segens empfangen mögen Amen Wie ist der heiligen Gertrud geoffenbart worden Macht es dem Heiligen Macht es den Heiligen große Freude Wenn wir an ihrer Stadt Gott loben und danken für ihre Gnaden und Vorzüge Die heilige Gertrud sah im Himmel viele mit den Verdiensten des heiligen Bernhard geziert Sie wunderte sich sehr da durch diese Personen auf Erden nie solche Werke getan hatten Aber es wurde ihr Grund getan dass man der Verdienste der Heiligen teilhaftig werde wenn man für sie Gott lobt und dankt für ihre Gnaden Darum sollen die Verehrer des heiligen Judas Thaddeus die nachstehende Danksagungsandacht recht oft und mit Andacht verrichten Der Heilige wird es ihnen reichlich lohnen Lob und Danksagung O süßeste Herr Jesus Christus in Vereinigung des unaussprechlich himmlischen Lobes mit welchem die allerheiligste Dreifaltigkeit sich selber sich selber lobt und welches von ihr ausfließt auf deine gebenedeite Menschheit auf Maria alle Engel und Heiligen lobe preise und benedeie ich dich und sage dir Dank für alle Gnaden und Vorzüge so du deinem auserwählten Apostel und Blutsverwandten Judas Thaddeus verliehen hast Ich bitte dich du wollest mir um seine Verdienste willen deine Gnade verleihen und mir auf seine Vögelte in allen Nöten zu Hilfe kommen besonders aber in der Todesstunde mich stärken und schützen gegen die Wut meine Feinde Amen Vaterunser der du bist im Himmel geheiligt werde dein Name dein Reich komme dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von dem Übel Amen Gegrüßet seist du Maria voll der Gnade der Herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus Heilige Maria Mutter Gottes bitte für uns arme Sünder überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Abstands Amen Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist wie es war im Anfang so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit Amen Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit Amen Maria mit dem Kind lieb uns allen deinen Segen geben